Fitness mit Marc Folge 368 Herzlich Willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Er glaubt an Überfluss, nicht an Mangel. Marc Maslow! Moin Moin, ich bin Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitnesscoach von Marathonfitness.de Letzte Woche treffe ich jemanden, einen Bekannten im Fitnessstudio und er sagt mir, Marc, ich habe vor einem Monat wieder Fahrt aufgenommen, ich gehe jetzt wieder regelmäßig trainieren, ich fühle mich richtig gut und ich will auch abnehmen und irgendwie tut sich aber nichts. Ich habe sogar zwei Kilo zugelegt und woran kann das liegen, was kann ich noch verbessern? Fakt ist, das ist eine Frage, die höre ich sehr häufig. Vielleicht bist du auch gerade auf dem Kurs und möchtest abnehmen oder du hast es noch vor und fragst dich, was sind denn die häufigsten Gründe, warum der Karren feststecken könnte und was tue ich denn dann, um wieder Fahrt aufzunehmen? Und es gibt tatsächlich vier häufige Gründe, warum sich auf der Waage nichts tut, warum vielleicht die Messwerte, die du verfolgst oder woran du festmachst, ob du überhaupt Fortschritte machst, keine Bewegung anzeigen oder vielleicht sogar in die falsche Richtung und was du dagegen tun kannst. Am Ende der heutigen Episode weißt du exakt, welche Gründe das haben kann und du weißt auch exakt, was du dagegen tun kannst. Liebst du Bücher und hast eine Liste von Büchern, die so lang ist, dass du sie niemals lesen können wirst? Dann hat Audible die perfekte Lösung für dich. Wie wär's, wenn du dir diese Bücher einfach vorlesen lässt, während du unterwegs bist, auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkaufen oder beim Wäscheaufhängen. Die App ist kostenlos und läuft auf allen deinen Lieblingsgeräten. Und weil Audible über 150.000 Hörbücher im Programm hat, findest du auch immer etwas Neues und Interessantes, das du gerne hörst. Anders als bei Musik- oder TV-Streaming-Angeboten gehören deine Hörbücher bei Audible dir. Das heißt, du kannst sie zum Beispiel mit deinem Smartphone jederzeit und überall hören. Tja, und wenn dir mal ein Buch nicht gefällt, dann ist das kein Problem. Du kannst es jederzeit gegen ein anderes Hörbuch eintauschen, ohne Wenn und Aber. Als Fitness mit Marc-Hörer bekommst du die Audible-Mitgliedschaft für ein halbes Jahr zum halben Preis. Geh dazu auf www.fmmbuch.de, fmm wie Fitness mit Marc und dann buch.de. Unterstütze Fitness mit Marc und geh auf www.fmmbuch.de. Dort bekommst du deine Mitgliedschaft für die ersten sechs Monate zum halben Preis 4,95 Euro pro Monat. Ja, woran liegt es denn eigentlich, dass es beim Abnehmen manchmal Stillstand gibt? Wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass es eine gute Idee ist, wenn du einen Plan machst, wenn du ein klares Ziel hast. Und solange du deine Ernährung planst, dein Training sauber planst und auch beharrlich dran bleibst, musst du ja Fortschritte machen, oder? Und das klingt auch logisch und stimmt leider häufig nicht, denn dein Körper hat so seinen eigenen Plan. Und es ist schon faszinierend, wie schnell du sichtbar Fortschritte machst, wenn du den richtigen Fokus setzt, wenn du Training und Ernährung im Griff hast. Und wenn wir uns die Natur angucken, die Evolution, dann hat die häufig eine andere Agenda, denn dein Körper strebt Stabilität an. Das heißt, wenn sich die äußeren Rahmenbedingungen ändern, dann passt dein Körper sich gerne an und er strebt immer so ein Gleichgewicht an. Und diese Fähigkeit, stets optimal auf die Welt da draußen vorbereitet zu sein und zu reagieren, die war für unsere Vorfahren, war für die Urzeitmenschen lebensnotwendig. Das heißt für uns, du baust auf der einen Seite Muskeln auf mit dem richtigen Krafttraining und einer ausgewogenen Ernährung mit einem leichten Kalorienplus. Und zwar baust du genau so lange auf, bis du den nächsten Gleichgewichtszustand erreicht hast und dann tut sie erstmal nichts mehr. Und in der anderen Richtung, wenn du Fett abbauen möchtest, dann brauchst du ein Energiedefizit und dann würdest du dich gut ernähren, du würdest richtig trainieren und würdest so lange abnehmen, bis du den nächsten Gleichgewichtszustand erreicht hast. Das heißt, egal in welche Richtung du dich bewegst, es gibt immer einen nächsten Gleichgewichtszustand. Das heißt, diesen Moment, dass sich nichts mehr tut, den darfst du erwarten und der ist auch völlig normal. Normal ist auch, dass deine Fortschritte mit der Zeit immer kleiner werden, je näher du dem nächsten Gleichgewichtszustand kommst. Und es gibt ja aus der IT diesen Spruch, never change a running system. Ich mag den und das ist auch bei der Ernährung und dem Training natürlich eine gute Idee. Solange das, was du tust, funktioniert, brauchst du nichts daran ändern. Und jeder noch so gute Trainings- und Ernährungsplan führt dich früher oder später auf ein Plateau. Und da tut sich dann nichts mehr, wenn du an diesem Plan festhältst. Das heißt, so einen Zustand, wo du keine Fortschritte mehr siehst, der ist nicht schlimm und es ist auch nichts Ungewöhnliches. Und wenn wir über Abnehmen reden, dann lass uns vielleicht einmal festlegen, was heißt denn eigentlich Stillstand, was heißt so ein Plateau? Ich habe da eine einfache Definition. Wenn sich für mindestens zwei Wochen in Folge gar keine messbaren Fortschritte ergeben, dann hast du ein Plateau erreicht. Und das ist auch das, was ich im Coaching als so ein Plateau definiere. Das heißt, wenn sich von einer Woche auf der anderen Mal nichts tut, dann ist das völlig normal. Dann kannst du entspannt bleiben und weitermachen. Aber wenn du zwei Wochen in Folge keine Fortschritte siehst, in den Metriken, die du misst und beim Abnehmen ist es eine gute Idee, dein Körpergewicht zu messen und den Körperfettanteil vor allen Dingen auch. Wenn sich also beim Körperfettanteil nichts tut nach zwei Wochen, dann würde ich mal auf den Plan gucken. Ja und wir haben ja vor einigen Wochen schon mal über schlechte Gene oder genetische Veranlagungen gesprochen. Das ist so ein Reflex, den ich auch häufig beobachte, dass wenn sich nichts tut, dann die meisten Menschen erst mal sagen, ja, das muss ja daran liegen, dass ich einen langsamen Stoffwechsel habe oder schlechte Gene oder vielleicht habe ich Schilddrüsenprobleme. Also wir suchen in der Regel Ursachen in Dingen, die wir gar nicht beeinflussen können. Und um einen Gleichgewichtszustand beim Abnehmen und das gleiche gilt übrigens auch beim Muskelaufbau zu durchbrechen, darfst du akzeptieren, was ein Plateau wirklich ist. Du warst bisher in einem Kaloriendefizit und jetzt bist du in einem Kaloriengleichgewicht. Denn genau das bedeutet ein Plateau. Du nimmst genauso viele Kalorien auf, wie du verbrauchst. Und dafür gibt es insgesamt vier Ursachen, die ich heute mit dir einmal durchgehen möchte. Und es ist eine gute Idee, dass du die erstmal auf dem Schirm hast, falls du auf so einer Gleichgewichtssituation dich befinden solltest. Und bevor wir diese vier Punkte durchgehen, wiederhole ich es nochmal, denn die Grundursache ist wirklich immer die gleiche beim Abnehmen. Du befindest dich in einem natürlichen Energiegleichgewicht und du deckst deinen Kalorienverbrauch über deine Ernährung. Und die Frage ist ja, woher kommt das und wieso kommt es dir vielleicht nicht so vor, dass es so ist. Und das sind die vier Gründe, die gehen wir jetzt einmal durch. Und ein Gedanke noch, wenn du schon länger dabei bist, vielleicht ist das Ganze für dich etwas, was nur eine Wiederholung ist. Trotzdem stelle ich immer wieder fest, es ist ganz gut, sich diese vier Dinge auch mal wieder bewusst zu machen. Und deswegen glaube ich, es ist eine gute Idee, hier dran zu bleiben. Also Punkt Nummer eins. Wenn du abnimmst, dann brauchst du in Ruhe weniger Kalorien. Auf den Punkt gebracht, ein schlanker Körper, der braucht einfach weniger Energie als ein etwas kräftigerer Körper. Und das ist ein Klassiker, viele Menschen nehmen erfolgreich ab und dann, wenn sie ihr Ziel erreicht haben, dann sagen sie, Mensch, prima, der Schmerz ist überwunden, das, was mich ins Handeln gebracht hat, die Unzufriedenheit mit meinem Körper, die ist jetzt weg. Und jetzt kann ich ja wieder so machen wie vorher. Und der Punkt ist der, wenn du Fett abbaust, dann sinkt mit deinem Gewicht auch dein Kalorienverbrauch. Und das kannst du auch leicht nachvollziehen, wenn du, da gibt es Formeln und Kalorienrechner. Meinen kennst du vielleicht schon, den Marathon Fitness Kalorienrechner, den gibt es bei mir kostenlos auf der Website. Das ist übrigens genau der gleiche Rechner, den wir auch mit unseren Klienten zur Abschätzung benutzen. Und den verlinke ich dir auch in den Shownotes. Also mit solchen Formeln kannst du deinen Verbrauch leicht nachvollziehen. Und du kannst auch mit den Zahlen ein bisschen rumspielen und siehst dann, ah, okay, wenn ich weniger wiege, dann verbrauche ich in Ruhe auch weniger Kalorien. Das heißt, am Ende des Tages sinkt dein Kaloriengrundumsatz mit deinem Körperfettanteil beim Abnehmen. Das heißt, unter gleichen Rahmenbedingungen verbrauchst du, wenn du weniger wiegst, auch weniger Kalorien. Und ich nehme da gerne mal ein Beispiel aus dem Coaching. Nehmen wir einen Klienten von mir, der hat mal 100 Kilo gewogen, als er angefangen hat. Hat dann gesagt, Mensch, so kann es nicht mehr weitergehen. Jetzt kommt die Plauze weg. Dann fängt er an, macht super Fortschritte. Er hat am Anfang knapp unter 3000 Kalorien am Tag benötigt, um sein Gewicht zu halten. Wählt dann aber ein Kaloriendefizit, zielt auf so 2400 Kalorien am Tag ab. Und damit macht er halt super Erfolge. Die Kilos purzeln, der Bauch wird flacher. Und nach nicht mal einem Jahr wiegt er 20 Kilo weniger, nur noch 80 Kilo. Und dann sagt er, Mensch, da geht noch was. Jetzt nehme ich mir nochmal 5 Kilo vor. Nochmal so ein letztes Feintuning. Ja, und viele wünschen sich ja auch das Sixpack. Und da fehlen dann häufig nur noch ein paar Kilo. Ja, dann sagt er sich, okay, das nehme ich mir jetzt vor. Und dann tut sich auf einmal gar nichts mehr. Und er fühlt sich zwar gut wie nie, aber der Körperfettanteil, der will nicht weiter sinken. Und dann fragt er sich, Mensch, habe ich es übertrieben? Ist mein Stoffwechsel etwa eingeschlafen? Und tatsächlich liegt es einfach nur am Grundumsatz. Denn der ist unter den gleichen Rahmenbedingungen niedriger. Liegt in dem Fall dann bei 2600 Kalorien. Also er braucht am Tag einfach 400 Kalorien weniger. Und hat jetzt kaum noch Spielraum. Also zielt zwar auf sein ursprüngliches Defizit von 2400 Kalorien ab. Liegt also schon noch 200 Kalorien am Tag niedriger. Aber naja, wenn du dann trackst und ein Ernährungstagebuch führst, dann kannst du auch leicht mal 200 Kalorien daneben liegen. Das kann gut passieren. Man verwiegt sich vielleicht. Man vergisst irgendwas einzugeben. Ja, und jetzt ist er vielleicht einfach gar nicht mehr in einem Kaloriendefizit und befindet sich prompt auf einem unerklärlichen Plateau. Ja, und was ist die Lösung, um den Fettabbau dann wieder loszutreten? Benötigt er einen neuen Zielwert? Und dazu kann er entweder sein Kalorienziel ein bisschen nach unten justieren oder er versucht, seinen Kalorienverbrauch zu erhöhen, indem er sich ein bisschen mehr bewegt. So einfach wäre es dann in diesem Fall. Und natürlich im Detail, wie du das dann umsetzt, ist eine andere Frage. Das ist dann die Herausforderung. Das liegt auch an deinem speziellen Lebensstil. Und darüber gibt es hier ja auch andere Folgen bei Fitness mit Marken. Wir wollen hier über die Ursachen erstmal reden. Was gibt es noch für Ursachen? Wenn wir über Bewegung reden, wir haben eben über den Grundumsatz, also den Ruheumsatz gesprochen. Da geht es auf jeden Fall nach unten. Wenn ich weniger wiege, verbrauche ich in Ruhe auch weniger Kalorien. Und das Gleiche gilt, und das ist der zweite Punkt, auch in Bewegung. Denn, tja, ganz klar, je mehr Gewicht du mit dir herumträgst, desto mehr Kalorien verbrennst du. Und das wird auch ganz klar, wenn du einfach mal ein kleines Experiment machst. Du kannst dir einfach mal einen Tag lang einen Rucksack aufsetzen mit 20 Kilo drin, wenn wir beim Beispiel eben bleiben. Und spätestens beim Joggen, beim Treppensteigen oder auch beim Klimmzugtraining würdest du merken, Mensch, das ist ja alles viel anstrengender, wenn ich mehr Gewicht mit mir umherschleppe. Und ja, umgekehrt verbrennst du eben weniger Kalorien, brauchst du weniger Energie am Tag, wenn du das Zusatzgewicht dann wieder abwirfst. Das ist der zweite Punkt. Punkt Nummer drei hatte ich eben auch schon mal angeschnitten. Auch eine ganz häufige Ursache. Die erfassten Kalorien, also das, was du über dein Ernährungstagebuch dir aufschreibst und notierst, entsprechen nicht dem, was du tatsächlich zu dir nimmst. Das ist ein Klassiker und ich gebe offen zu, in die Falle bin ich selbst auch schon getappt. Das ist also überhaupt nichts Unnormales. Es ist normal, dass Menschen ihre Kalorienzufuhr unterschätzen in der Regel. Da gibt es Studien zu und die zeigen, dass die um bis zu 50 Prozent häufig zu niedrig liegen. Das heißt, selbst wenn du ein detailliertes Ernährungstagebuch führst, wenn du zum Beispiel so eine App nutzt, ein Werbepartner von mir und auch eine App, die ich selbst benutze, ist ja Yasio. Und da kannst du ganz detailliert deine Ernährung eintragen und siehst dann, okay, so und so viele Kalorien habe ich aufgenommen, so und so viel Eiweiß, Fette und so weiter. Auch Vitamine werden in deiner Pro-Version gezeigt. Selbst wenn du dir da noch so viel Mühe mit Details gibst, können Abweichungen auftreten. Und das sind ganz typische Fehler, wenn wir es so bezeichnen wollen. Einige Menschen vergessen zum Beispiel einfach einen Teil ihrer Mahlzeiten zu erfassen. Klassiker ist, du gibst da gerade irgendwas rein, dann klingelt das Telefon und du vergisst halt irgendwas. Ist jedem schon mal passiert. Wir schätzen auch die Mengen häufig falsch ein. Eigentlich müsstest du in dem Fall ja wirklich alles genau abwiegen. Und ich bin da bei dir, das ist auf Dauer auch ein recht hoher Aufwand. Ja, also wir schätzen die Mengen, die wir essen, leicht mal falsch ein. Und die dritte häufige Möglichkeit ist, dass viele der Angaben auch Community-basiert sind. Das heißt, jeder kann dort Einträge machen. Das gilt auch für Yasio übrigens, MyFitnessPal. Die meisten Apps lassen das zu, dass jeder da Einträge hinterlegen kann für bestimmte Lebensmittel. Und ja, die können auch falsch sein. Deswegen, falls du Yasio nutzt, da findest du an den redaktionell geprüften Einträgen so einen grünen Haken. Und das wäre auch immer meine Empfehlung, die dann zu nutzen. MyFitnessPal hat, meine ich, auch solche Markierungen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Bei einigen Apps gibt es diese Markierung und redaktionelle Kontrolle, bei anderen nicht. Das heißt, unterm Strich gibt es einige Gründe, warum diese vermeintlich genauen Aufzeichnungen vielleicht doch nicht so genau sind. Es gibt Menschen, die felsenfest davon überzeugt sind, dass sie nur, sagen wir mal, 2000 Kalorien am Tag essen. Und sie können sich gar nicht erklären, warum sie keine Fortschritte mehr machen. Und tatsächlich haben sie schlicht und einfach bestimmte Sachen unterschlagen, ohne das zu merken. Und essen vielleicht in Wirklichkeit sogar bis zu 1000 Kalorien mehr am Tag und befinden sich einfach nicht mehr in einem Kaloriendefizit. Ja, und das bringt mich zum letzten häufigen Showstopper. Du weißt, ich bin ein großer Freund der 90-10-Regel. Das heißt, versuchst 90% deiner Mahlzeiten fitnesskompatibel zu gestalten, sodass die dir dabei helfen, Fortschritte zu machen. Und ja, 10% Ausnahmen sind völlig in Ordnung. Und dann kannst du auch hervorragende Fortschritte erwarten. Und ein häufiger Showstopper sind eben zu viele Ausnahmen von der Regel. Denn manchmal schleicht sich das so ein, man fängt an mit 90-10. Dann läuft es ganz gut und dann sagt man, ach Mensch, dann kann ich heute nochmal eine Ausnahme machen. Dann werden aus 10% Ausnahmen 20%, dann 30% Ausnahmen. Und so langsam wird dann die Ausnahme schleichend zur Regel. Weil so ein Klassiker sind ja soziale Events. Vielleicht ist es ein Freitagabend oder ein Samstagabend. Und Freunde fragen dich, Mensch, wollen wir nicht mal was unternehmen, ins Restaurant gehen oder wir treffen uns bei uns. Und es ist dann leicht, auch mal ein bisschen über die Stränge zu schlagen, gerade wenn es noch Alkohol gibt, vielleicht noch ein Stück Kuchen und so weiter. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Viele Menschen erfassen das dann auch nicht und wundern sich dann in der nächsten Woche, dass sich ja gar nichts getan hat an dieser Woche. Und wenn du zurückschaust, dann sagst du, ach Mensch, eigentlich lief doch die Woche ganz gut. Ich habe mir total gut Mühe gegeben. Gut, da war dieser eine Abend Ausnahme. Das muss doch an meinem langsamen Stoffwechsel liegen. Und häufig ist es das nicht, sondern es sind dann vielleicht wirklich die Ausnahmen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Auch das ist eine ehemalige Klientin. Die hatte einen Grundumsatz plus Leistungsumsatz, also Kalorienbedarf am Tag von 2100 Kalorien. Das wäre also nötig, um das Gewicht zu halten. Und dann haben wir geschaut, was wäre ein gutes Defizit. Das wären so 500 Kalorien am Tag. Mit 500 Kalorien Defizit am Tag kannst du pro Woche ein halbes Kilo Fett abbauen. Das ist ja ganz anständig. Das ist sogar ziemlich gut. Das heißt, Zielwert werden dann 1600 Kalorien. Ja, und wenn du diese 1600 Kalorien dann fünf Tage die Woche hinbekommst und dann vielleicht am Samstag weggehst und da dann aber mit Alkohol und ein paar Ausnahmen bei 2700 Kalorien landest und dann am Sonntag sagst, Mensch, ich bin hier ein bisschen Hangover mäßig drauf und ich mache mal eine Punktlandung heute. 2100 Kalorien, dann würdest du über die Woche gesehen gerade mal bei 2000 Kalorien landen im Durchschnitt. Ja, und das wäre nur minimal unter dem Gleichgewichtswert. Und da würde ich dann auch keine Fortschritte auf der Waage und vor allen Dingen auch nicht bei der Körperfettmessung sehen. Das heißt, auch da wäre das Defizit dann zu gering. Und verstehe mich richtig, es ist ja völlig in Ordnung, Ausnahmen zu machen. Ich mache das selbst auch und ich empfehle das auch, hier und da Ausnahmen einzubauen. Der Punkt ist der, Erwartungsmanagement ist dann immer eine gute Idee. Also wenn mal eine Feier dazwischen ist oder auch einen familienfesten Geburtstag, was auch immer, du kannst den Stillstand mit einplanen für diese Woche und dann geht es weiter. Im Fall dieser Klientin war es halt ein bisschen anders. Sie hatte eine andere Erwartungshaltung und in ihrer Wahrnehmung war die Woche ja auch ein voller Erfolg, weil sie fünf Tage richtig gut drangeblieben ist und ihr nicht bewusst war, wie sehr sie sich dann durch diese Ausnahmen ausgebremst hat. Und das ist überhaupt nicht ungewöhnlich, dass sowas passiert. Wir Menschen neigen dazu, in der Regel nur das wahrzunehmen, was unsere Erwartungen bestätigt. Und da gibt es in der Psychologie übrigens auch einen Begriff für. Das nennt sich dann Bestätigungsfehler oder Rückschaufehler. Und bevor wir gleich zu den konkreten Maßnahmen kommen, die sich so ein bisschen auch aus den Ursachen ergeben, möchte ich dir noch einen Gedanken mitgeben. Ich hatte eben eingangs schon erwähnt, Plateaus sind normal und es ist auch wichtig, vom Erwartungsmanagement hier aus der richtigen Richtung zu kommen und zu wissen, dass Erfolg und Fortschritt selten eine gerade ist. Es ist selten eine gerade Linie, sondern Fortschritt passiert ganz natürlicherweise in Schüben. Das heißt, du machst etwas, du machst tolle Fortschritte ein paar Wochen, dann triffst du wieder auf ein Plateau und ein Plateau ist auch immer eine Chance, um zu gucken, okay, was darf ich nachjustieren, wo darf ich nachjustieren. Solche Widerstände, die sind unvermeidbar und die sind dazu da, um dann Veränderungen durchzuführen und wieder Fortschritte zu machen. Das heißt, du darfst akzeptieren, dass es Hoch- und Tiefphasen in deinen Fortschritten geben wird und es ist eine gute Idee, sich darauf mental und auch körperlich vorzubereiten. Die wichtigste Fähigkeit und ich weiß, das ist im ersten Moment auch eine Herausforderung, ist, bei diesem ganzen Prozess entspannt zu bleiben und optimistisch zu bleiben. Auch wenn die Ergebnisse erstmal super optimal aussehen oder auch wenn etwas Unerwartetes passiert, die meisten Menschen knicken dann ein. Die haben dann keinen Bock mehr. Und es gibt sogar Menschen, die ihren großen Traum dann sogar aufgeben und nur das, weil das, was sie zuerst probiert haben, dann nicht ad hoc sofort funktioniert. Und es gibt auch Menschen, die sich davon nicht beirren lassen, Menschen, die ihr Ziel niemals aufgeben und die dann dranbleiben. Und das sind auch die Menschen, die wissen, dass Hindernisse immer nur was Vorübergehendes sind. Und wenn sie mal einen schlechten Tag haben, so wie jeder von uns oder auch eine schlechte Woche, dann sagen sie sich, okay, das ist jetzt so passiert und das ist die Vergangenheit und morgen ist ein neuer Tag und morgen ist eine neue Woche. Und dann geht es weiter. Und da gibt es eine einfache Art und Weise, wie du vorgehen kannst. Wenn du auf so einem Plateau gelandet sein solltest, gibt es vier Dinge, die du tun kannst und die ich dir auch empfehlen würde, in dieser Reihenfolge zu tun, um dann wieder Fahrt aufzunehmen. Punkt Nummer eins kommt nochmal vor dem ersten Punkt und zwar hier erstmal einen kühlen Kopf zu bewahren. Es ist völlig normal, dass du auf einem Plateau landest und dann gehst du wie folgt vor. Erstens, du prüfst erstmal, bist du überhaupt noch auf Kurs? Was sind die Daten, die du misst? Wenn wir jetzt bei der Flugzeugmetapher uns mal aufhalten und du bist der Pilot, der für deine Fortschritte zuständig ist und fliegst in deinem Fortschriftsflugzeug, dann guckst du erstmal im Cockpit auf das GPS. Was sagen deine Koordinaten? Ist deine Fitnessmaschine noch auf Kurs? Und Punkt Nummer zwei, falls nein, dann korrigierst du den Kurs. Also falls du vom Kurs abgekommen bist, korrigierst du die Flugrichtung und dann als drittes, wenn du wieder Fortschritte machst, behältst du erstmal den Kurs bei. Bis viertens, du wieder einen Zwischenstopp machst, weil du vielleicht auf einem Plateau bist. Lass uns diese vier Punkte einmal durchgehen, weil die ein ganz normaler Prozess sind, der immer dazu gehört, egal ob du abnehmen willst oder Muskeln aufbauen. Ich nehme abnehmen gerne als Beispiel, weil das auch zu den häufigeren Fragen gehört, die ich bekomme. Punkt Nummer eins, Kurs prüfen. Bist du noch auf Kurs? Wenn du merkst, dass dein Fettabbau irgendwie ins Stocken gerät oder ganz zum Erliegen kommt, dann sollst du erstmal nachmessen. Hast du dich vielleicht nur vermessen? Misst du das Richtige? Kann ja auch sein. Und vor allen Dingen darfst du ehrlich mit dir sein und dich fragen, wie gut hast du dein Trainingsprogramm, wie gut hast du deine Ernährung in den letzten sieben Tagen befolgt? Kannst du das überhaupt nachvollziehen? Weißt du noch, wie die letzten sieben Tage waren? Um das festzustellen, solltest du erstens deine Ernährung spätestens dann wieder tracken und zwar auch genau tracken, wenn die Fortschritte ausbleiben. Solange du Fortschritte machst, kannst du auch ein bisschen locker lassen. Keep doing what works. Aber wenn das Ganze zum Erliegen kommt, dann empfehle ich immer, guck ganz genau wieder hin. Es ist eine gute Idee, wenn du so viele Feedback-Tools verwendest wie möglich, bis du wieder Fortschritte machst. Und hier sind ein paar Möglichkeiten. Punkt Nummer eins ist eins der wichtigsten. Aus meiner Sicht das Ernährungstagebuch, also so eine Ernährungs-App empfehle ich in der Regel, wie zum Beispiel Yasio oder MyFitnessPal oder was es da alles gibt. Punkt Nummer zwei ist deinen Körperbau zu tracken. Und da, ich hatte es auch schon erwähnt, empfehle ich auf jeden Fall, kauf dir eine gute Waage, wieg dich am besten jeden Tag oder wenigstens einmal die Woche und verwende eine Hautfaltenzange, eine Kaliberzange zur Messung deines Körperbaus. Wie das funktioniert, verlinke ich dir auch in den Shownotes. Dann als zusätzliche Tools, auch die empfehle ich, Punkt Nummer drei, eine Küchenwaage. Mit der kannst du die Portionsgrößen richtig einschätzen. Ich weiß, es ist ein bisschen Aufwand, aber es lohnt sich. Schließlich willst du ja wieder Fortschritte machen. Und Punkt Nummer vier, ein Trainings-Logbuch, mit dem du Aktivitäten, deine Trainings erfasst. Das kann man inzwischen auch super gut automatisieren, wie zum Beispiel mit der Apple Watch, da startest du einfach ein Training. Oder Fitbit oder Garmin, all diese Smartwatches oder Sportuhren, die können das. Du kannst natürlich auch eine App verwenden, um dein Krafttraining zum Beispiel zu tracken. Auch das gibt dir so ein komplettes Bild. Es gibt dir eine Trainingshistorie, die du abgleichen kannst mit den Werten, die du bei der Ernährung und beim Körperbau erfasst. Und bevor jetzt die virtuellen Hände hochgehen und der ein oder andere sich vielleicht fragt, muss ich wirklich jede Portion abwiegen? Ich sage es nochmal deutlich. Nein, musst du nicht. Es ist völlig okay, wenn du die Portionsgrößen einfach durch hingucken abschätzt, solange du Fortschritte machst. Aber wenn du auf der Stelle trittst, dann darfst du genau hinschauen und das Ganze wieder abwiegen. Und das bringt mich zum zweiten Punkt, Kurskorrektur. Also, wenn du, und das ist immer das Wichtigste, dass du zuerst mit dem Nachmessen anfängst und guckst, bin ich wirklich auf einem Plateau? Jetzt kommt Nummer zwei, wenn du sagst, jawohl, es tut sich wirklich nichts, ich habe alles nachgemessen. Ich bin wirklich auf einem Plateau. Jetzt korrigierst du erst. Und meine Empfehlung ist, dass du Schritt eins vor sieben Tage lang wirklich akkurat durchführst. Und wenn das abgehakt ist, dann kannst du wirklich davon ausgehen, dass sich dein Kaloriendefizit aufgelöst hat und zwar in Wohlgefallen. Und jetzt ist die Lösung nämlich simpel. Jetzt darfst du wieder ein Kaloriendefizit herstellen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu erreichen. Erstens kannst du einfach gucken, dass du dich mehr bewegst im Alltag, zum Beispiel, indem du ein bisschen Cardiotraining einbaust. Ich habe gesehen von meinem Kollegen Dennis Rattano, der hat neu auch im YouTube-Kanal sehr empfehlenswert. Der hat dann ein Burpee-Workout. Auch das super, kannst du am Tag noch mit einbauen, ein paar Burpees machen. Oder du erhöhst einfach die Intensität deines Cardiotrainings, was auch gerade bei schönem Wetter eine schöne Möglichkeit ist, ist, mit der besseren Hälfte Spaziergänge zu machen. Was ich gerne mache, ist, Telefonkonferenzen oder Telefonate beim Spazierengehen zu machen. Du kannst dir einen Laufbandschreibtisch zulegen. Du kannst am Wochenende wandern gehen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Jedes bisschen Bewegung, was du mehr unterbringst, das bringt dich voran, erhöht hier auch deinen Kalorienverbrauch. Du kannst natürlich auf der anderen Seite die Kalorienaufnahme verringern, indem du zum Beispiel die Portionsgrößen variierst. Man kann natürlich die Portionen verringern. Da würde ich immer erstmal gucken, kann ich an der Qualität noch was verändern. Denn schließlich ist es im ersten Moment immer eine gute Idee, dass du dich satt isst. Und hier kannst du von der Kaloriendichte meistens noch optimieren. Also mehr Gemüse, mehr kalorienarmes Gemüse, wasserhaltige Lebensmittel mit einbauen. Und auf der anderen Seite auch schön darauf achten, dass du genug Eiweiß isst. Und die anderen Dinge, die eine höhere Kaloriendichte haben, ein bisschen in der Menge zu reduzieren und dadurch dann eine Optimierung hinzukriegen. Dass du dich nach wie vor genauso satt essen kannst, aber eben in Summe weniger Kalorien aufnimmst. Oder du kannst natürlich ein bisschen von beiden tun. Best Practice für viele Menschen, nicht alle, aber für viele funktioniert es am besten, wenn sie die Kohlenhydrate als erstes reduzieren. Und zwar die Kohlenhydrate, die die höchste Kaloriendichte liefern. Das fängt an bei den zuckerhaltigen, hochverarbeiteten Kohlenhydraten. Also, das wissen viele schon, Softdrinks, Süßigkeiten und so weiter, das liegt eigentlich auf der Hand. Da kann man meistens auch ganz gut einsparen. Dann Punkt Nummer zwei, das sind dann Getreidesorten, stärkehaltige, leicht verarbeitete Kohlenhydrate, die selektiv ruhig ein bisschen ausnehmen. Also Brot, Pasta, Frühstücksflocken, auch Haferflocken, Müsli und so weiter. Da ist häufig auch ganz gut eine Menge an Kalorien drin. Und die würde ich erstmal ein bisschen rausnehmen und vor allem nach dem Training essen. Punkt Nummer drei, wenn du diese beiden Punkte ausgereizt hast, dann könntest du beim Gemüse nochmal hingucken, gerade bei dem stärkehaltigen Gemüse, also Reis, Kartoffeln, Getreide, da ein bisschen rauszunehmen. Und gleichzeitig Menge an Protein, Gemüse kannst du ruhig ein bisschen hochfahren. Und bei essentiellen Fetten würde ich auch nicht reduzieren, während du deine Kalorienzufuhr aber absenkst. Das heißt, es gibt so einen Merksatz, den ich dir nochmal mitgeben möchte. Lebensmittel, die dir beim Abnehmen helfen, die sind auf der einen Seite grün, also das Gemüse vor allen Dingen. Sie sind maritim, damit meine ich die essentiellen Fette. Das bedeutet Fisch. Und wenn du kein Fisch isst, dann solltest du auf jeden Fall die Fette aus Algen dazu nehmen. Und Protein, das darf auf der anderen Seite auch einen wichtigen Baustein in deiner Ernährung einnehmen. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Jetzt machst du wieder Fortschritte und jetzt darfst du den Kurs auch halten. Sobald du dich entschieden hast, welche Veränderungen du vornehmen willst, halte diesen Kurs bitte für sieben Tage. Und dann misst du erst, ob das, was du jetzt verändert hast, auch den gewünschten Erfolg bringt. Es gibt Menschen, die machen das dann nur ein, zwei Tage. Und da bist du eigentlich noch nicht an dem Punkt, wo du sehen kannst, funktioniert das, was ich verändert habe oder nicht. Das heißt, wenn du Fortschritte machen möchtest, die funktionieren, nimmst du Veränderungen vor, an denen du auch für sieben Tage dranbleiben kannst, die sich gut für dich anfühlen. Und dann bleibst du da auch sieben Tage dran. Und wenn dann nach einer Woche du feststellen solltest, hier tut sich nichts, dann darfst du einfach nochmal nachjustieren. Dann wiederholst du den zweiten Schritt, den Kurskorrekturen, solange wie er für dich praktikabel ist. Das heißt, solange du noch Raum für mehr Bewegung hast oder auf der anderen Seite eine Optimierung der Nährstoffzusammensetzung und der Kalorienzufuhr, ohne dabei ins Extreme abzudriften, go for it. Ja, und wenn all das nicht hilft, dann kommen wir zum vierten Punkt. Und jetzt darfst du dann dir einfach mal eine Pause gönnen. Wenn deine Fortschritte trotz aller Bemühungen ausbleiben und du diese drei Schritte auch wiederholt durchgeführt hast, dann ist meine Empfehlung, gönn dir einfach mal eine Pause. Klingt erstmal unlogisch, weiß ich, aber die meisten Menschen, die glauben, wenn sie eine Pause machen und einfach mal dieses Plateau genießen, auf dem sie gerade sind, dann glauben sie, sie machen Rückschritte. Aber das stimmt nicht. Manchmal ist genau das der richtige Weg. Ich nenne das auch gerne strategische Auszeit und meine Empfehlung ist folgende. Du guckst, wie ist mein Kalorienbedarf und dann nimmst du dir einfach das Ziel, für sieben Tage genau das zu essen, was dein Körper benötigt. Damit meine ich also nicht all you can eat. Ja, alle Dämme brechen. Es gibt nur noch Alkohol und Junkfood. Gut, das bitte nicht, sondern einfach gucken, was braucht mein Körper und das deckst du dann einfach. Und warum brauchen wir das manchmal? Nun, das hat vor allen Dingen auch mentale Gründe. Wenn wir schon drei, vier Monate oder länger ein Kaloriendefizit durchgezogen haben, dann ist es manchmal einfach ganz gut, genauso wie du im Job ja auch mal Urlaub brauchst, auch hier mal eine Pause zu machen. Und vielleicht stellst du sogar fest, dass deine Waage innerhalb dieser sieben Tage auch ein paar Kilo mehr anzeigt dann. Das ist völlig in Ordnung, wenn das Ganze so geplant ist. Das ist kein Grund zur Panik. Die Gewichtszunahme, die Kilos, die hängen meistens damit zusammen, dass deine Muskeln dann zusätzliches Glykogen einlagern. Und da kannst du entspannt bleiben. Wenn du deinen Kalorienbedarf nicht überschreitest, wirst du kein Fett ansetzen. Und das würdest du ja auch merken über die Hautfaltenmessung. Das heißt, so eine Pause, die tut uns manchmal psychisch gut. Es ist auch hormonell häufig eine gute Sache. Die Hormone kommen mal wieder so ein bisschen ins Gleichgewicht. Und wenn du dann eine Woche später wieder durchstartest, dann fühlst du dich wieder richtig gut. Dann fühlst du dich stark. Du hast psychisch auch ein bisschen ausgeruht. Und dann fühlst du den Rückenwind wieder in jeder Hinsicht. Und was dann häufig passiert, ist, dass dein Körper wieder genau so reagiert, wie zu Beginn deines Fettabbauprogramms. Das heißt, und damit komme ich zum Ende der heutigen Folge. Fettabbau abnehmen ist kein wohlgehütetes Geheimnis, wie es manchmal da draußen verkauft wird. Dass du durch irgendwelche magischen Tricks oder Formeln oder Fettburner erreichen kannst und entfesseln kannst. Sondern dieser Stillstand beim Abnehmen, der hängt so gut wie nie mit irgendeiner unerklärlichen Anomalie deines Körpers zusammen. Die einfachste Erklärung ist meistens auch die richtige. Wenn sich nichts mehr tut, dann bist du einfach nicht mehr in einem Kaloriendefizit. Und was die meisten Menschen auch nicht bedenken, ist, dass der Kalorienbedarf des Körpers so eine Art Moving Target ist. Die Kalorienbilanz ist dynamisch. Dein Energiebedarf ändert sich. Und es ist gut möglich, dass das, was dich heute in einem Kaloriendefizit befördert, in sechs Monaten von heute gar kein Defizit mehr erzeugt. Eine Hauptursache haben wir ja heute besprochen. Die Hauptursache für ein Plateau, und übrigens ein Plateau ist völlig normal beim Abnehmen, aber auch beim Muskelaufbau, ist auf der einen Seite die Kalorienaufnahme. Also Menschen übersehen, dass ihr Kalorienbedarf absinkt, wenn sie erfolgreich abnehmen. Und auf der anderen Seite überschätzen sie vielleicht das, was sie messen. Und wo viele sich auch selbst ein bisschen im Weg stehen, ist, dass sie sich vor allen Dingen auf ihre Probleme fokussieren. Und deine Probleme sind nicht das Thema, sondern das Thema ist, was kannst du heute verändern, um wieder Fortschritte zu machen. Denn letztlich geht es uns ja nicht um die Probleme, sondern wir wollen noch Ergebnisse sehen. Und wenn du den Fokus auf das legst, immer mehr und mehr, was du wirklich willst, und weniger auf das, was du nicht willst. Wenn du Verantwortung für deine Ergebnisse übernimmst. Wenn du mit Neugier rangehst und auch zulässt, dass sich auch manchmal nichts tut. Und diese Plateaus willkommen heißt, denn sie sind ein Teil des Prozesses. Dann kannst du mit einem guten Gefühl Korrekturen vornehmen. Und dann wirst du auch wieder Fortschritte sehen. Denn Fakt ist der, jedes Plateau kann durchbrochen werden. Jedes Plateau kannst du durchbrechen. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß, viel Erfolg und eine wunderbare Woche. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, mach's gut. Diese Fitness mit Marc-Folge wurde dir präsentiert von Audible. Dort findest du über 150.000 Hörbücher. Hörbücher kosten manchmal 50 Euro und mehr. Im Abo bei Audible bekommst du jedes Hörbuch für nur 9,95. Auch wenn es regulär 70 Euro kosten würde. Als Fitness mit Marc-Hörer bekommst du das Abo sogar zum halben Preis für 4,95 pro Monat. Und zwar für die ersten 6 Monate. Geh dazu auf fmmbuch.de und sichere dir den halben Preis für ein halbes Jahr. Dort findest du auch Tipps, welche Fitness-Hörbücher ich empfehle. Das Angebot gilt nur, wenn du auf fmmbuch.de gehst. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast.marathonfitness.de Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de-podcast Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf deinem Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de-podcast und klickst auf abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen. Das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.